So, jetzt geht's weiter. Finden Sie einen Weg zum Death-Convoi? So, da vorne ist schon der Konvoi. Gehen wir mal da rüber. Da warten sie, glaube ich, auf mich. Nein. So, jetzt fahr... Jetzt fahren wir hier schön mit dem Konvoi mit. Und jetzt... ...durch enge, dunkle Gänge. Und ich vermute mal... ...beziehungsweise ich weiß es eigentlich schon... ...dass wir gleich angegriffen werden. Oh, da geht es schon ab. Das ist gut. Okay. Back mit Ihnen. Das ist wie sch***. Der wurde da auch noch weg. Soll keiner überleben. Niemand von den Strokes. Boah. Verdammt noch eins. Da noch einer. Boah. Hier spielt sich einiges ab. Leider kriege ich nicht alles mit. Zumindest habe ich das Gefühl. Kommt jetzt wieder so eine Ballereinlage. Wie sich das gehört für einen Shooter. So, wir stoppen, glaube ich. Wir halten an. Du kannst weg, Cain. Das ist Ihr Stopp. See you around. Finden Sie Bitwell. So, ich bin abgestiegen. Was ist mit euch? Bleibt ihr hier? Finden Sie Bitwell in den Fluren vor Ihnen, um zu Ihrer nächsten Mission zu gelangen. Okay. Dann gehe ich halt alleine weiter. Ich hätte zwar gerne einen Medic dabei, aber... Okay, ich glaube, ich bin einen kleinen Umweg gelaufen. Ah, da ist er, glaube ich, schon. Ne. Was ist die Worte? Ich weiß, dass ein elektromagnetisches Blut uns nicht verholt wird. Aber wenn das Ding weggegangen ist, würde die Reaktion jedes Stück elektronische Geräte für halb ein Meil. Ah, Corporal Cain. Ich glaube, Sie sind bereit für unsere Mission. Es ist nicht jeden Tag, dass Sie die Erde zu retten, oder? Schöne Waffe hast du. Okay. Was macht er? Sascha. Kann ich hier drauf? Ne. Äh... Ah, da ist Bitwell. Geh auf dem Auto und sie werden dich, wo du musst. Jo. Okay. Erstmal gucken, was hier so rumliegt. Waffen, Waffen. Waffen sind immer gut. Natürlich spiele ich hier einen Shooter. Oh, okay, das war es anscheinend schon. Verdammt. Wollte ich doch gar nicht. Beschütze den Konvoi. We're gonna be traveling through some pretty hot zones. Hey, this is Vos. Keep your eyes open. Intelligence is reporting a high concentration of strong in your vicinity. Schön, dass Sie so schön vor meinem Gefährt hier. Ja, schön. Stürz. Wir sind ja jetzt hier noch kein großes Problem. Aber ich glaub, das wird sich gleich noch ändern. So. So. Er stellt sich schon mal in die Ecke und schämt sich. So. Hier passiert nix. Ich glaub, darüber kann ich auch ganz froh sein. Schuft er. Der war kein Problem. Der war kein Problem. Oh ja, da liegen Minen. Minen, Minen. Der ist weg. Der muss auch weg. Muss mein Mann schütten. Gehst du weg? Über- oder... First one disowned. Ach, verdammt. Der liebt ja noch. Weg mit dir. Stierb. Liebt der immer noch? Nee, jetzt ist er platt. Da. Stierb. Geh weg. Gehst du weg? Lass dir mal den Mann in Ruhe. Boah, der ist aber auch hartnäckig. Lass ihn in Ruhe, gehst du weg? Keine Fresse, die sind aber auch aufdringlich. Mach die denn. Weg mit dir. So, wo? Die Schriftstürme sind da hier? Die müssen weg. Okay. Stell dich nicht vor meinen Gefährt. Die sind aber auch dunkel. Und noch ein Tor. So. Zeribern sie die Gegend von Geschütztürmen. Ja, aufpassen. Oh. Nein. Ach, die sind doch gar nicht kaputt. Ich hab gedacht, die sind schon kaputt. Scheiße. Nein. Oh, der sieht aber schlecht aus. Scheiße. Ich wusste es. So gibt das nix. Verdammt. Neustart vom letzten Ges... ...letzten Speicherpunkt. Ähm. Boah. Verdammt. 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 Ich hätte den Speichern sollen vorhin. Muss ich gleich mal machen. Dann bin ich nicht... ...wieder... ...so weit... ...zurückspringen muss. Oh, komm schon. Weg mit dir. Ah, warum gibt's dir denn nicht? Verrecke, verrecke. Geh weg, geh weg, geh weg. Weg mit dir, weg mit dir. Geh dir mal kaputt. Was ist denn schlimm? Was für ein Durchhaltevermögen haben. Kaputt. Kaputt. So. Fünf Soldaten. Kein Problem. ... und noch ein, vorgelegt. WLAN. ... coloured estfer. WLAN. WAN. automatisiert die Band. WLAN. Inustered 992-Ajohn. WLAN. WLAN. Nichts. SPL-1. WLAN. Z Long-1. WLAN. 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 Kaputt. Kaputt. Jawohl, das ist auch kaputt. Da aber. Oh, was ist das für ein Geruckel? Ist das nicht kaputt, das Ding? Ja, sie sind überall. Okay. Okay. Das habe ich, das habe ich! Lebe ich noch? Ich lebe, glaube ich, noch! Verdammt noch eins! So, jetzt muss das aber... Äh, Spiel laden. Und... Spiel laden. So. Geschütztürme. Jetzt habe ich es. Jawohl! Jetzt ist das Geschütz kaputt! Was denn so? Was soll da? Ist die kaputt? Ja, ist kaputt! Ist kaputt! Sehr schön! Für beide so gut! Sehr schön! Gut, gut! Weit so gut! Komm, jetzt muss ich das aber mal überleben, hier! Geht doch mal kaputt! Endlich, ey! Ach! Habe ich gar nicht gesehen! Nein! Nein! Okay! Bin ich noch irgendwas übersehen, hier? Ich will jetzt nicht noch verrecken! Ich glaube, ich habe es geschafft! Oh! Dann gehen wir mal da rein. Tor geht zu, der Pity ist drin, verlassen, machen wir sofort, gehen wir mal gucken, aber hier scheint auch gar nichts rumzulegen, was für mich von Interesse wäre, dann drücken wir mal da Knöpfchen, der nächste Ladebildschirm, Perimeter, Lade, 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 na komm schon, also gibt es schon viele Ladebildschirme, das muss man ja schon sagen, aber was soll's, wir haben ja Zeit, ne, eigentlich nicht.